Einblicke in den Vagusnerv Was als Vagusnerv bezeichnet wird, ist nicht einfach ein dicker Nerv, der von einem Ende zum anderen in einer perfekten Linie verläuft. Die Vagusnerven sind ein größeres Nervenpaar, die aus dem Kopfbereich kommen und hinunter in den Rumpf verlaufen. Die Größe und Reichweite dieser Nerven machen sie komplexer als kürzere Hirnnerven, weshalb sie auch besondere Aufmerksamkeit verdienen. Wir können uns die Struktur des Vagusnervs wie eine Weinrebe vorstellen. Wie die anderen Hirnnerven ist auch der Vagusnerv, die Vagusnerv-Weinrebe, in zwei Teile gespalten, wenn sie den Hirnstamm verlässt. Mit diesen beiden Hauptreben, die sich auf ihren eigenen Wegen verzweigen. So könnte ein Ast entzündet sein, der andere aber nicht. Das ist ein entscheidender Teil unseres menschlichen Designs, der uns schützt, denn es bedeutet, wenn einer der Vagusnerven komplett entzündet und beschädigt ist, mag es noch immer eine Überlebenschance geben, weil der andere Vagusnerv dieselben Funktionen auch teilt. Die Wissenschaft hat noch nicht alle Aspekte des Vagusnervs entdeckt. Eine zukünftige Entdeckung ist die Vagusnerv-Regeneration, VNR. Das bedeutet, bestimmte Teile des Vagusnervs können regenerieren und sich selbst nachwachsen lassen, wenn die Bedingungen stimmen. Die Wissenschaft wird außerdem entdecken, dass die Anatomie des Vagusnervs nicht definitiv ist, also nicht eindeutig festgelegt. Vagusnerven sind nicht in jedem Menschen gleich gebaut. Zum Beispiel verbinden sich die beiden Äste des Nervs nicht bei jedem Menschen vollständig im Rumpfbereich. Bei manchen Menschen kreuzen sie sich nur und berühren sich, verbinden sich aber nicht wirklich. Auch die Länge variiert bei jedem Menschen. Diese Entdeckung wird der medizinischen Industrie durch die Roboterchirurgie aufgezwungen werden. Nämlich dann, wenn Roboter, programmiert um Operationen durchzuführen, am Ende die Vagusnerven eines Patienten schädigen, weil die Berechnungen so unvorhersehbar von Mensch zu Mensch sind. Die Medizin wird beginnen herauszufinden, dass Länge, Wachstum, Größe und Verlaufsrichtung nicht so genau in eine Schablone passen, wie angenommen wurde. Die Vagusnerven bestehen aus winzigen Strängen und Fäden von Nervenzellen, die sich über die gesamte Länge des Nervs erstrecken. Ein Vagusnerv ist nicht ein solider Nerv. Es ist ein komplexes Gewebe von Nervenzellen. Ähnlich dem, wie andere Hirnnerven funktionieren, wenn auch nicht identisch. Diese Komplexität ist zu unserem Vorteil. Wenn eine Entzündung des Vagusnervs auftritt, mag es mehrere Stränge innerhalb eines Nervs betreffen, aber nicht jeden Strang des Nervs. Und das bedeutet, dass die Entzündung nicht den gesamten Vagusnerv übernimmt. Es bedeutet auch, Symptome können sich bewegen und verschieben, wenn sich die Entzündung im Nervenstrang bewegt und verschiebt. Ist die Entzündung aggressiv, kann sie auf andere Stränge übergehen. Oder Entzündung kann hoch und runter gehen und dabei einen leichten Druck auf verschiedene Stränge von Nervenzellen in einem Bereich des Vagusnervs ausüben, was zu milden, phantomähnlichen Symptomen führt, die kommen und gehen. Viele Menschen haben dann das Gefühl, verrückt zu sein, wenn sie ihre Symptome dem Arzt erklären. Trotzdem sind diese phantomähnlichen und auch die definierteren Symptome weniger schwer, als sie es wären, wenn Entzündung den gesamten Nerv übernehmen würde. Dann wäre das Leiden schwerer. Der Vagusnerv hat eine große Reichweite und Größe. Darum kann auch eine Entzündung im Hirnstamm, die die Vagusnervweinrebe beeinflusst, dann ein breiteres Spektrum an Symptomen auslösen als bei anderen Hirnnerven. Vagusnervsymptome durch einen entzündeten Hirnstamm könnten Enge in der Brust beinhalten, Enge im Hals, leichten Schwindel, ein Gefühl des Nicht-Ausbalanciert-Seins, ein Gefühl, nicht gut zu verdauen, Angst, Druck auf der Brust, Schluckschwierigkeiten, auch in milder Form, Schwierigkeiten, einen tiefen Atemzug zu machen, Schmerzen im Hals, Übelkeit und manchmal unregelmäßiger Herzschlag. Sitzt die Entzündung etwas höher, könnte es ein bisschen von allem sein. Eine Möglichkeit ist hier zum Beispiel neurologisches Asthma. Eine Form von Asthma, wo die Atemwege nicht durch sichtbare Entzündung behindert sind. Stattdessen ist neurologisches Asthma die Empfindung von Lufteinschränkung durch entzündete Vagusnerven und oder andere Hirnnerven. Entzündung kann kommen und gehen, je nachdem, ob jemand zum Beispiel mehr oder weniger Schlaf bekommt, denn wenn du schläfst, versucht der Körper entzündete Nerven zu heilen und dein Immunsystem jagt in dieser Zeit Viren. Es beeinflusst Entzündung auch, wenn jemand mehr oder weniger gestresst ist, wenn jemand besser oder schlechter ist und ob jemand mehr oder weniger sich bewegt, Sport treibt. Diese Änderungen spielen eine Rolle. An einem Tag mit weniger Entzündung magst du dann vielleicht noch immer Enge in der Brust empfinden, aber weniger Druck oder Schmerz im Bauch, weniger Angst und so weiter. Bei stärkerer Entzündung wird alles deutlicher und kann sich drastischer anfühlen. Viele Symptome in Kombination und sie sind auch stärker ausgeprägt. Virale Entzündung kombiniert mit toxischen Schwermetallen und alltäglichen giftigen Chemikalien, die im Hirnstamm sind, also dort in der Nähe der Vagusnerven, können fast alle Vagusnerv-Symptome gleichzeitig machen. In vielen Fällen von Hirnstamm und Hirnnervenentzündung ist die ursprüngliche virale Infektion, also durch zum Beispiel EBV oder Herpes Zoster, durch Herpes Simplex 1 oder 2, ist diese ursprüngliche virale Infektion gar nicht dort, also im Hirnstamm oder in den Hirnnerven, sondern in der Leber oder sogar in der Milz. Wo auch immer im Körper die virale Infektion tatsächlich ist, wenn dadurch Neurotoxine abgegeben werden, können sie durchs Blut wandern und in Bereichen des Hirnstamms und der Vagusnerv-Verzweigungen landen und Symptome machen. Wo immer Neurotoxine einen Vagusnerv entzünden, erzeugen sie einen Entzündungshotspot, also einen Herd, einen Krisenherd, der dann zu den entsprechenden Symptomen führt. Viren können sich auch selbst an Teile des Nervs heften. Sie können dann dort Neurotoxine abgeben und so einen Entzündungsherd machen. Ein Hotspot, ein Herd, im oberen Teil des Nervs, kann zum Beispiel zu ernstem Schwindel bis hin zum Erbrechen führen. Vagusnerven sind Kanäle für das Liefern von Informationen zu Lunge, Herz, Magen und Darm. Wenn unsere Gehirnzellen nun aber kontaminiert werden mit toxischen Schwermetallen, Koffein, Natriumglutamat, Petrochemikalien, chemischen Düften, viralen Neurotoxinen und anderen Gehirnbetrügern, dann kann das den Fluss der Informationen stören. Diese Schadstoffe stören dann die Signale, die die Neuronen, also die Nervenzellen, an den Hirnstamm senden, was dann wiederum die Signale beeinflusst, die die Vagusnerven eigentlich weitergeben sollen. In seltenen Fällen wird Hirngewebe auch durch direkte virale Infektion beeinträchtigt und auch das kann die Informationsweiterleitung beeinflussen. Kommt die kontaminierte Botschaft, von der wir vorher gesprochen haben, von den Nervenzellen den Vagusnerv hinunter zu den Organen wie Herz oder in den Verdauungstrakt, ist es ein verzerrtes, unregelmäßiges elektrisches Signal mit ebenfalls verzerrter Information. All das, weil die Nervenzellen, von denen die Information ursprünglich kam, kontaminiert, verschmutzt waren. So kann jemand Symptome in Organen wie zum Beispiel dem Herzen haben, ohne dass das Herz selbst ein Problem aufweist. Auch Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe oder peristaltische Probleme können so entstehen. Dann hat jemand vielleicht eine Diagnose wie Gastroparese, ohne dass es im Verdauungstrakt ein physisches Problem gibt, weil eben die Vagusnervenverzweigungen dorthin eine Verbindung haben. Also auch wenn der Nerv selbst nicht entzündet ist, reicht die Kontaminierung der Nervenzellen im Gehirn. Aber natürlich kann auch eine Entzündung des Nervs Symptome machen. Oder beides gleichzeitig. Viele Kombinationen sind denkbar. Wie kann man seine Vagusnerven nun heilen? Man muss die jeweilige Ursache adressieren. Das kann bedeuten, 1. Die Gelegenheiten reduzieren oder beseitigen, wo du toxischen Schwermetallen ausgesetzt bist. Luft erfrischern, düften, Duftkerzen, Waschmitteln, Weichspülern, Natriumglutamat und anderen Hirnbetrügern. 2. Virale Entzündung verringern durch die Maßnahmen im sechsten Teil dieses Buches. Das ist das Buch Heile dein Gehirn von Anthony William. 3. Ein Protokoll von Nahrungsergänzungen für deine Symptome beginnen. Du findest Protokolle für Symptome im Buch Heile dein Gehirn das Praxisprogramm. 4. Wissen, wie man dann die Nerven selbst restaurieren kann. Dieses letzte Puzzleteil müssen wir nun noch näher beleuchten. Wie wir unsere Nerven restaurieren können. Dafür ist es ganz wichtig zu verstehen, wie die Vagusnerven arbeiten und wie sie sich selbst nähren können, um stärker zu werden und zu heilen. Welche Nährstoffe brauchen die Vagusnerven und wie können sie die am besten bekommen? Die Vagusnerven bestehen aus Nervenzellen. Nervenzellen sind die hungrigsten Zellen von allen, wenn es um Zucker geht. Nervenzellen verlangen nach Glucose. Wenn du versuchst, eine Vagusnerverkrankung zu heilen, dann ist es entscheidend wichtig, dass du keine Insulinresistenz hast. Fett zu reduzieren oder ganz aus deiner Ernährung zu entfernen, ist ein Weg, um Insulinresistenz zu beseitigen, sodass Glucose aus wichtigen, sauberen Kohlenhydraten leicht in Nervenzellen eintreten kann, ohne großen Kampf. Jeder einzelne Nährstoff, jedes Vitamin, Mineral, Spurenmineral, Elektrolyt, Aminosäure, phytochemische Komponenten, antivirale und antibakterielle Komponenten, Antioxidantien und Anthozyane, also jeder einzelne Nährstoff, kann nur in eine Nervenzelle eintreten, wenn er an Glucose gebunden ist. Nervenzellen öffnen sich, um gefüttert zu werden, wenn die Glucose dort ankommt. Somit ist ein Nährstoff, der an Glucose gebunden ist, die einzige Möglichkeit, wie jemand zum Beispiel Vitamin B12 erhalten kann, wenn es mit Glucose ankommt. Wenn jemand eine Ernährung mit viel Fett isst, die Insulinresistenz erzeugt, bedeutet das, dass Glucose nicht so einfach in Zellen eintreten kann. Dabei ist es aber so, dass Ärzten und Gesundheitsberatern beigebracht wird, glukosereiche Lebensmittel wie Obst und Kartoffeln zu verteufeln. Sie erzeugen eine Angst vor Nachtschattengewächsen und zu viel Zucker in Obst. Durch diesen Mangel an Wissen verhindern medizinische Gemeinschaften unbeabsichtigt eine Heilungsmöglichkeit. Denn ohne genug bioverfügbare Glucose haben es die Nährstoffe sehr viel schwerer in die Nervenzellen zu gelangen, um diese dann zu restaurieren, wieder herzustellen. Für einen chronisch kranken Menschen macht das einen großen Unterschied. Es ist im Heilungsprozess keine Zeit zu verschwenden. Und am Schluss spricht Anthony dann noch über Vagusnerv-Übungen, was ich hier jetzt abkürze. Anthony sagt dazu, dass zwar einige Techniken vorübergehend für einige Menschen hilfreich sein können, aber für die meisten Menschen sind die Techniken reizend und irritierend für die Nerven. Die Details hierzu lest bitte selbst nach. Vielleicht, wenn das Buch Heile dein Gehirn im April 2023 dann auch auf Deutsch erscheint. Ich schreibe euch den Link nochmal unter dem Video. Ihr könnt es schon vorbestellen und wird euch dann automatisch zugeschickt. Ja, das war ein übersetzter Auszug aus dem Kapitel Deine entzündeten Hirnnerven. Da hatten wir ja schon ein anderes Video auch aus dem Buch Brainsaver von Anthony William. Ich fand es wieder echt interessant. Dieser Vagusnerv ist schon öfter aufgetaucht, weil auch meine Tochter einige Symptome hat und auch ich selber. Ich habe zum Beispiel ein neurologisches Asthma gehabt, habe mich damals immer gefragt, was das eigentlich ist. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich dann nachts wachgelegen bin und dann mal gegoogelt habe, irgendwie nicht tief atmen können oder so. Solche Sachen habe ich gegoogelt und natürlich konnte mir keiner sagen, was das ist. Und die Erklärung habe ich erst bei Anthony gefunden, der darüber auch schon vor ein paar Jahren mal in einer Sendung gesprochen hat. Ich habe es auch heute nicht mehr. Ja, ich danke euch fürs Zuhören und bevor ich mich nun verabschiede, ist es mir echt ein Anliegen, um mich wieder einmal für die Spenden zu bedanken, die immer mal wieder Einzelne von euch mir schicken. Es tut mir dann auch immer leid, dass die Menschen, die auch oft sehr nette Kommentare schreiben, dazu schreiben, dass die daraufhin sogar keine Rückmeldung bekommen. Und darum sage ich das jetzt hier nochmal. Also ich sehe das, ich lese das, ich sehe das alles und es hilft mir natürlich und ich freue mich auch sehr darüber. Ja, hier sind wir mittlerweile an Tag 8 von der erweiterten 3-6-9-Leberreinigung. Diesmal ging es ohne jeden Heißhunger, also dieser Teil war unkompliziert, zumindest bis jetzt. Einen Tag haben wir morgen noch, den Safttag. Aber dafür hat mir dieses Mal irgendwie die große Selleriesaftmenge, das ist zum ersten Mal so gewesen, so ein Bloating, also einen geblähten Bauch beschert, nämlich wenn ich nach diesem morgendlichen 1 Liter Sellerie den Heavy Metal Detox Smoothie essen wollte. Also das ist sofort nach den ersten paar Bissen irgendwie, erst ein paar Löffeln aufgetreten und den musste ich dann langsam, also so in kleinen Etappen über den Vormittag essen. Das war eigentlich noch nie so, aber ich habe mich jetzt gar nicht groß damit beschäftigt, warum das jetzt dieses Mal so ist. Keine Ahnung, mehr Erreger, weiß nicht genau. Auf jeden Fall bin ich froh, als wir sie gemacht haben. Irgendwie ist es mir im Frühling immer so ein Bedürfnis, das Haus zu reinigen, sozusagen, also mein Haus hier, meinen Körper. Ja, das heißt also morgen Safttag und dann ein Kartoffelfestessen am Tag danach. Okay, ja, ansonsten haben wir hier ein kleines, so ein kleines Projekt umgesetzt. Wir haben mal so ein im Moment noch ganz billiges Foliengewächshaus gekauft. Ich habe zwar schon Angst vor dem nächsten Sturm, aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz toll. Es ist einmal nur dreieinhalb Meter lang und ich habe irgendwie Lust gehabt, ein bisschen zu probieren, mehr Sachen selber anzubauen. Allerdings habe ich im Frühling immer Lust und irgendwann im Sommer kriege ich dann, wächst mir alles buchstäblich über den Kopf. Aber im Moment haben wir mal eine Freude daran und vielleicht, wenn ich es gleich noch schaffe, werde ich euch noch ein Bild hier ans Ende stellen. Das werdet ihr dann sehen, ob das jetzt gleich auftaucht oder nicht. Ich werde mal versuchen, das noch aufzunehmen. Okay, ja, das war es von mir für heute und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.